Herzlich Willkommen in der Vella Marta on Tour. Mit Charlotte machen wir heute ein wunderbares Rinderfilet-Gericht. Ich würde sagen, erzähl mal, was hier so klassisch italienisch ist. Ja, wir sind ja hier in Emilia-Romagna und das ist ein italienischer Rezept, wie man Rinderfilet mit einer Acetobalsamico-Sauce macht. Das hört sich viel versprechen. Ja, hoffe ich. Also, die Ingredienten. Erstmal Rinderfilet, hier haben wir vier Stück. Dann haben wir Prosciutto crudo, auch vier Stück. Ein bisschen rote Zwiebel, ganz fein gehackt. Das müssen wir von unserer Soße. Und Acetobalsamico, die Modena. Also hier ist es eigentlich wichtig, wenn man jetzt Soßen macht, man kann viele verschiedene Acetobalsamico bekommen. Wenn ich Soße mache, das muss dann reduziert werden, dann nehme ich immer eines der allerbilligsten, die ich finden kann. Natürlich nicht den kostbarsten, weil der im Endeffekt in der Soße untergehen würde. Wir wollen den ja reduzieren, deswegen muss er auch so ein bisschen flüssig sein. Genau. Genau. Deswegen nehmt den billigen, wenn ihr Soße macht. Dann kann man immer einen anderen Original haben und dann an der Ende der Soße so ein paar kleine Trüppchen reinmachen. Wunderbar. Okay, zum Dekoration, noch ein paar Granatäpfel und dann Salz und Pfeffer, ein bisschen Zucker und normal habe ich auch ein bisschen Zitrone, um die Soße zuzuschmacken. Jetzt sehen wir, weil wir haben ja Acetobalsamico. Genau, wir haben diesen Vinniger, diesen leichten Essig dabei. Genau, das sehen wir dann an der Ende. Das würde ich sagen, legen wir los. Ja, ich mache es so. Also Rinderfilet ist lecker, aber es hat ja nicht so viel Geschmack wie viele andere Fleischtypen. Deswegen nehme ich immer ein bisschen Prosciutto und der muss sich den ganzen Weg rundherum. Er muss nur Geschmack geben. Deswegen mache ich den so um mein Filet rundherum. So, genau. Wunderbar. Okay. Und dann machen wir die jetzt in der Pfanne. Wunderbar. Würde ich sagen. Bisschen Olivenöl, Salz und Pfeffer und die werden dann kurz in der Pfanne und dann hier auf diesen und dann nachher werden die im Ofen fertig gemacht. Wunderbar. Würde ich sagen. Ja. Pfanne ist heiß genug. Gut. Nehmen wir das Ganze mal. Ja. Und braten das alles schön scharf an. Genau. Okay. Ja, noch ein bisschen schön caramelizieren. Wenn die dann so eine goldene Oberfläche haben, machen wir die wieder auf der anderen Seite. Und dann dieses Gericht ist auch toll, finde ich, weil die kann man immer vorbereiten. Bevor die Gäste kommen. Genau. Kann man das schon machen. Soße machen. Alles anbraten, Soße fertig machen. Genau. Die Filets stehen hier und werden dann im Ofen. Ein paar Minuten. Wunderbar. Ich würde sagen, drehen wir mal um. Schauen wir mal. Ja. Perfekt. Sieht gut aus. Und die Aceto Balsamico, wirst du sehen nachher, zusammen mit den Zwiebeln, gibt es so ein tolles Aroma. Da freue ich mich auch. Das glaube ich, ja. Es gibt wirklich, also man sagt ja, dass in Aceto Balsamico hat man Umami-Geschmack. Umami, ja. Ja, genau. Der Geschmack sind der... Die fünf Geschmäcke, alle zusammen. Ja. Und so richtig, hmmm. Umami, hmmm. Ja. Ja, es ist tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen, dass in Aceto Balsamico ist natürlich auch Glutaminsäule drin, welchen diesen Umami-Geschmack hervorruft. Ja, genau. Fein. Würde ich sagen? Ja. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch super aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Wunderbar. Gut. Dann Zwiebeln. Geben wir die Zwiebeln direkt hier rein, genau. Zwiebeln direkt rein. Perfekt. Und am besten natürlich die gleiche Pfanne benutzen, ohne abwaschen, sodass wir das ganze Aroma... Nein, nicht abwaschen, das sitzt alle der Geschmack, sonst wird diese Soße nicht gut, ey. Genau. Das ist schön. Ein bisschen weniger aufwaschen und mehr Geschmack. Und mehr Geschmack. Definitiv. Genau. Man sollte immer die Pfannen abkochen mit irgendetwas und dieser schöne Geschmack wirklich irgendwo in eine Soße oder in ein Gericht machen. Ich wollte schon ein bisschen Rotwein drauf machen. Wunderbar. Ja, wir haben hier ziemlich kräftigen Rotwein, würde ich sagen. Ja, das ist ein Sanchovese. Der hier aus der Gegend kommt. Ja, hier aus der Gegend. Das Schönste ist in Italien, jeder Wein, den man hier zum Kochen benutzt, kann man auch wunderbar genießen. Das stimmt. Ohne Probleme. Echt trinken dabei. Es ist eine fantastische Sache. Würde ich sagen, dass ich nur abkomme. Ja. Perfekt. Ein bisschen abkochen. So. Dann hole ich mal den Aceto. So. Salzen wir das jetzt schon ein bisschen? Nein, ich würde am Ende das machen. Am Ende ganz zum Schluss? Ja. Ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Damit die Soße die richtige Balance bekommt. Wow. Ich würde nochmal Rotwein. Mhm. Weil ich mache immer die Soße so, dass ich im Rotwein die Zwiebeln fast total runterkoche. Ja. Richtig schön garen. Dass die nicht mehr knusprig sind. Genau. Dass die ganz schön runtergekocht werden. Und dann nehme ich mein Aceto Balsamico. Weil der Aceto Balsamico will ich nicht ganz runterkochen. Sonst verliert er den Geschmack runter. Ich will ja auch ein bisschen Soße haben. Genau. Und die Soße genau. Ja. Und dann das Fleisch würde ich sagen, die sind ein bisschen groß heute. Kommt drauf an, wie rot man jetzt das Fleisch haben möchte. Aber ich würde sagen, 4 Minuten bei 200 Grad. Dann sind sie so medium. Mindestens. Genau. Ja. Medium. Medium rare. Das finde ich am liebsten. Genau. Das passt auch wunderbar. Aber das ist ja auch Schmack. Schmack und wie man das setzt. Genau. Das ist je nachdem. Wie man das setzt. Ja. Aber ich denke, das ist so eine wunderbare Balance. Medium ist so das Durchschnitt. Um diesen Filet zu sehen, ob der jetzt genug bekommen habe, sagt man ja hier in Italien jedenfalls, dass man hier drücken muss. Und wenn das so selber konsistent ist, dann ist er medium. Wenn er jetzt ganz, ganz fest ist, ja dann ist er ganz durch. Dann ist er. Wenn er weich ist, ja dann ist er rot. Ja. So, ich würde sagen. Genau. Aceto Balsamico, aber der dünnere. Genau. Schön aufgegossen. So. Oh, das sieht schon mal. Ui. Au. So. Verändert sich die Farbe, ne? Absolut. Von Rotwein-Sauce wird das Aceto Balsamico-Sauce jetzt, ne? Wunderbar. Jetzt können wir den jetzt mal probieren. Weil ich finde das Wichtige, wenn man jetzt Soße macht, ist wirklich probieren, probieren, probieren. Da muss Salz. Klein bisschen Salz, ja. Das verändert wirklich das Essen. Salz ist wirklich ein Verstärker, Geschmackverstärker, finde ich. Kleines wenig Zitrone. Mhm. Wenn ich den jetzt pressen kann. So. Ja. Nur ein kleines, kleines. Wenig Zucker. Mhm. Pfeffer. Und dann würde ich sagen. Wunderbar. Dass er fertig ist, ne? Klasse. Und ich glaube auch, dass die Filets fertig sind. Ja. Lass mal den letzten probieren. Oh, die Farbe, ne? Herrlich. Hm? Wunderbar. Stopp. Klasse. Ich hole mal die Filets. Perfekt. Stellen wir die hier rüber. So. Gut. So. Das sieht doch klasse aus. Sieht gut aus, ne? Sehr schön. Und ich mache die normalerweise so mit ein bisschen, ja, dieser Löffel ist viel besser. Wunderbar. Ein bisschen von den Zwiebeln oben. Guck mal die Farbe, ne? So. Genial. Und dann nur ein bisschen Farbe und Glück. Herrlich. So. Sieht bombastisch aus. Lecker, ne? So. Klasse. Das war's. Filetto all'aceto balsamico. Wunderbar. Sehr schön. Dann, bon appetit. Bon appetit. Bon appetit.